so gubidu hallo und herzlich willkommen zurück einen wunderschönen guten abend da kommen sie gerade erst von der arbeit heim weiter geht es mit der barbaren reise die ganze herausforderung mal wieder stufe 1 ist jetzt auch zum vierten mal am start zum vierten mal für alle die es noch nicht haben oder schon mal gehabt haben und guck mal einfach das geld in der ferne an naja ja gut also wir nehmen heute mit el combolo automatik mode auf automatik spielen so ja das letzte mal hatte ich mal die spuren leser hin dabei ganz am anfang beim ersten mal dann hatte ich auch schon mal dinge muss dabei wie heißt diese eiskönigin da ihr wisst schon was ich mein hätte ich mal dabei und das letzte mal dabei ist noch ein youtube ist das weil sie jetzt wieder verschwindet netz ist natürlich eh glor aber automatik mode shit happens läuft doch eigentlich schon mal ganz jung nicht vielleicht haben wir glück weiß auch noch nicht so genau am liebsten wenn wir natürlich wenn uns der nacht feige noch mal hier schnell am dampf haben man bewusst lässt bitte danke so sie ist der nacht feige prima donner läuft frei da sind wir uns auch erst leider morgen wieder abends also für alle die den kanal noch nicht abonniert haben lasst doch mal ein abo da bleibt da schreibt mir die kommentare wie ihr das geschafft habe ich habe euch lieb bis morgen schau wieder weil viel spaß beim nachspielen und weiter mal neuen helden